Erhalte dein nächstes Ziel in Sanctuary oder einem Außenposten. Der 7, da ist hier ein neuer Season Auftrag und wie die Aufgabe schon sagt, müssen wir entweder nach Sanctuary oder zu den Außenposten gehen und hier vorne gibt es auf jeden Fall den Außenposten, da ist natürlich Sanctuary und ich kann empfehlen, geht einfach mal lieber zu diesem Außenposten hin, denn da ist weniger los und da kann man die Aufgabe direkt mal starten und dann kann ich empfehlen, landet am besten mal direkt hier bei diesem Gebäude, denn da wird auf jeden Fall gleich was erscheinen, was wir für die nächste Aufgabe brauchen. Jetzt ist aber erstmal die erste Aufgabe fertig und dann sehen wir auch schon hier die zweite Aufgabe, zerstöre im Verlauf eines Matches Teleskope und sammle ihre Teile auf, dreimal müssen wir das Ganze machen und ich bin jetzt gerade ganz genau hier bei diesem Gebäude und hier gibt es dann auch schon das erste Teil, ich gehe kurz nach unten, da sehen wir es auch schon, hier ist ein Teleskop und das können wir jetzt abbauen und danach hier die Teile aufsammeln und somit haben wir schon mal 1 von 3 fertig, da ist gerade lustigerweise ein Lama, aber wir schnappen uns jetzt hier oben bei den Riss und dann fliegen wir dort drüben hin, denn da wird es auf jeden Fall die nächsten Teleskopteile geben und dann müssen wir einfach mal hier am Rand zu diesem Gebäude hinfliegen und dann sollten wir gleich auch schon die nächsten Teile sehen und scheinbar müssen wir diesmal ins Gebäude rein, also hier linke Seite einmal reinrennen und da steht auf jeden Fall noch ein Teleskop, kurz abbauen und dann die Teile aufsammeln. Jetzt haben wir schon mal 2 von 3 und auf der Karte ist das dann genau hier, da müssen wir dann kurz einmal reinrennen und jetzt kann ich empfehlen, schnapp durch den Boot, denn jetzt geht es nach Sanctuary, ich fahre gerade zur Statue hin, eigentlich können wir auch hier kurz aussteigen und dann nach oben fliegen und in Sanctuary geht es dann genau hier zu diesem Gebäude hin, das sieht man direkt am S von Sanctuary und da wurde auch schon was eingebaut, hier war wohl schon jemand, das gehe ich schnell mal abbauen, denn hier ist auch nochmal ein Teleskop und schnell einsammeln und jetzt sollte der Auftrag fertig sein, das wird gerade irgendwie nicht angezeigt, aber die Aufgabe ist fertig, wird hier nicht angezeigt, aber auf jeden Fall genau hier an der Stelle, hat man gerade gesehen, da circa wo das S von Sanctuary war, da ist dann auf jeden Fall hier das Gebäude und hier steht da einfach nochmal ein Teleskop, das wäre dann das dritte, ich kann es mal kurz hier abbauen, dann sollte man das ein bisschen besser sehen, hier ist dann nochmal so ein Gebäude und da drinnen gibt es dann auf jeden Fall vorne hier das dritte Teleskop und das war es eigentlich auch schon jetzt zur Aufgabe, ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger